Moin Moin Oli, was geht? Ich bin's wieder, euer Benni hier am Start mit einer weiteren Folge Hofbeckmann Reloadi Ich hab erst letztes Jahr gemäht für die Kühe, die ich habe Was haben die Strohfrauben noch? Ich würde sagen... Gras habe ich den ja vorgegeben Den hole ich noch Du, ich bin enorm gerast Erf auch noch nicht Ich würde erstmal hier im schönen Ich würde sagen... 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 Gänse aber... So... Darf ich gerade hierbei sind? Mit Stroh? Dann will ich... Dann werde ich auch gleich den Schaden bestreuen. Ich liebe es. So, das sieht gut aus. So... 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 Schnellen, Herr Herr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weisst was er eigentlich gekauft hat? Ja, ich weiß es mal. Das ist vom Kurs auf die Tomé. Na ja. Und sonst Leute, lieber euer Wochenstart. Ich hoffe gut. Mir ging das auch. Ist schon viel zu weit glaube ich. Oh, guck hier, viel zu weit. Oh, guck hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Definitiv. Wo bekomme ich jetzt ein paar schnelle Wasser her? So, ja. Kein Wasserhahn hier. Oder ähnliches. Wo ich schon Wasser zappen kann, auch Kostpflichten. Merkwürdig. So, auf jeden Fall die Lose wollen. So, kacke. So, kacke. So, kacke. So, kacke. So, kacke. So, kacke. Kacke. So, kacke. So, kacke. So, kacke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Naja meine Lieben, ich würde sagen, das war es dann erstmal für die Folge. ich hoffe das video hat euch soweit gefallen wenn ja auch gibt dem video auf jeden fall nach oben und wenn ihr keine weitere folge mehr verpassen wollt lasst gerne auch ein abo da würde mich freuen für alle neuen natürlich aktiviert dann auch natürlich gleich die knocke wenn wir dir auch jedes mal benachrichtigt ein neues video stream oder irgendwas auf meinem kanal passiert die sind würd ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder würde ich sagen bis zur nächsten folge euer benny auf dem kanal hamburg let's player tschü tschü